Willkommen zum achten Türchen des Mathe-Adventskalenders. Heute mal nicht direkt etwas zu der Zahl 8, sondern ein bisschen mehr zum kleinen 1x1. Da haben wir mal kleinen 1x1. Wir gehen mal von 8 aus, weil heute ja 8 ist Türchen und so, und gehen dann mal runter zu 7, 6 und so weiter. Das heißt, wenn ich das kleine 1x1 mir von 8 angucke, ich bin jetzt hier ein bisschen zu faul und mache das nur für die ersten 7 Zahlen, da habe ich 1x8, 2x8, 3x8 und so weiter. Kriegst du dann das Ergebnis? 8, 16, 24, 32, 40 und so weiter. Das Interessante ist, wenn ich jetzt diese Ergebnisse nehme und davon die Quersumme berechne, und zwar so lange, bis ich auf einen einstelligen Wert komme. Quersumme, alle Ziffern einfach aufaddieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, okay, ist schon einstellig, nehme ich die 8. Hier von die Quersumme ist die 1 plus die 6, komme ich auf 7. Die Quersumme von 24 ist 2 plus 4 ist 6. Die Quersumme von 32 ist 3 plus 2 ist 5. Die Quersumme von 40 ist 4 plus 0 ist 4. Die Quersumme von 48 ist 4 plus 8 ist 12. Nehme ich wieder die Quersumme, weil ist ja noch nicht einstellig. 1 plus 2 gibt 3. Und von 7 mal 8 bin ich bei 5 plus 6 sind 11. Wieder die Quersumme 1 plus 1 ist 2. Und das Interessante, was ich jetzt sehe, diese Quersumme nimmt immer in Einserschritten ab. Und es ist relativ interessant, dass ich hier so ein Muster habe. Für alle Vierfache von 8. Gucken wir uns das jetzt mal für 7 an. Hier 1 mal 7, 2 mal 7 und so weiter mit den Ergebnissen. Auch hier rechne ich jetzt die Quersummen aus, solange bis ich ein einstelliges Ergebnis habe. Okay, hier habe ich direkt die 7. 1 plus 4 gibt 5. 2 plus 1 gibt 3. 2 plus 8 gibt 10. Muss ich also noch einen Schritt machen. 1 plus 0 gibt 1. 3 plus 5 gibt 8. 2 plus 4 gibt 6. 4 plus 9 gibt 13. Noch einen weiteren Schritt. 1 plus 3 gibt 4. Was sehe ich jetzt hier? Ich gehe nicht in Einserschritten runter. Ich gehe jetzt in Zweierschritten runter. Minus 2, minus 2, minus 2. Und jetzt müsste ich ja wieder 2 weitergehen. Und dann wiederholt sich diese Reihenfolge. Das heißt, von der 1 komme ich auf die 8. Und dann geht es wieder 8, 6, 4. würde halt im nächsten Schritt die 2 bekommen und würde dann wieder starten 9, 7, 5, 3 und so weiter. Das Ganze kann ich jetzt auch mit der 6 oder der 5 machen. Das Interessante, wenn ich das mit 6 mache, das kleine 1 mal 1, 4 fache von 6, sind es immer Abstände von 3. Wenn ich das Ganze mit 5 mache, werden es 4er Schritte sein und so weiter. Das heißt, selbst bei dem, was man ganz am Anfang in der ersten Klasse hat, hat es noch immer interessante allgemeine Muster und Strukturen, die man so vielleicht gar nicht gesehen hat. In dem Sinne weiterhin auch noch viel Spaß in der Vorweihnachtszeit und auf Wiedersehen.